Jo, hier ist Mr. Mike. Wie ihr ja wisst, die Ball Brothers sind in aller Munde. Ist schon echt ein Internet-Hype geworden. Geht ja ohne Ende ab. Alle drei Brüder. Der zweite, der Mitglieder ist so ein bisschen untergegangen, aber der jüngste, 92 Punkte in einem Spiel, gibt es auch immer sehr viel Hate und so. Er spielt keine Defense, sagen die Leute. Und ja, kann jeder machen und was weiß ich. Das ist halt auch viel Gelaber und das geht es jetzt gar nicht. Jedenfalls Papa Ball, so nenne ich ihn mal, der Papa von den Ball Brothers, behauptet er jetzt in einem Interview, dass sein größter Sohn, Launceau Ball, der jetzt im College bei UCLA ist, besser wird oder schon ist als Steph Curry. Ist er sich hundertprozentig sicher. Ja, ich zeige es euch hier mal. Er wird besser als Steph Curry in der NBA. Steph Curry ist pretty gut, Mr. Ball. Steph Curry ist wirklich gut. My son ist jung. Er hat Zeit, er hat Zeit, er hat Zeit. Und du only considerier ihn gut, weil er won ein paar championships. Right. Nobody will win no championships. This ain't good. Er machte some shots at the right time. Hey. Aber ich sage dir, er ist nicht so jung, wie mein Boy. You said something the other day that some thought was controversial. What made you say that one day Lonzo is going to be better than Steph Curry at Golden State? Hey, let me tell you this right now. I have the utmost confidence in what my Boy is doing. I'm going to tell you right now, he better than Steph Curry than me. Here, put Steph Curry on UCLA's team right now and put my Boy on Golden State and watch what happened. Oh my goodness, I mean, you double down on it right there. I double down on it again. And like I said, if I don't know what my Boy is about, I'm not going to make that statement. Steph don't have problems trying to guard my Boy. And let's see, play one on one. Ja, ich weiß nicht, ich halte von so vergleichen überhaupt nichts. Es ist immer so, ach nee, man sollte sich sowas eigentlich sparen, aber es ist halt doch dann irgendeine gute Publicity, negative oder positive, das ist total egal. Ich meine, ja. Aber es ist trotzdem zu früh zu behaupten, dass er halt so gut und so gut ist wie der oder der oder überhaupt. Und es ist immer so, ja. Ich finde, das ist dummes Gelaber. Muss man sehen, wie sich es entwickelt. Ich meine, hey, er könnte sich einen Fuß brechen oder sonst irgendwie eine schwere Verletzung und könnte nie wieder spielen. Man weiß jetzt nicht, was los ist und überhaupt, ja, es ist zu viel Gelaber. Aber, ja. Lonzo Ball auf jeden Fall, echt ein krasser Typ. Der ist echt, ja, der kann echt fast alles. Er hat zwar, muss man so sagen, echt einen komischen Wurf. Also wenn man den Wurf angeguckt hat, also sehr, haben wir gedacht, okay, dass der so krass trifft. Echt heftig, aber wenn man trifft, lassen wir es einfach so. Never change a running system, das ist einfach Fakt. Also kackegal, wie du wirfst, wenn du so wirfst und so triffst, weil, lass es. Mach so weiter, zerstör alle und überhaupt. Da können die Leute labern, hey, mach so, heb deinen Fuß an, äh, was weiß ich, ich weiß nicht, lass einen Schnürsenkel auf, dann triffst du alles. Ich weiß nicht, ganz egal, was die Leute labern, lass das, wenn ihr alles trifft und alle zerstört. Hey, was willst du mehr? Das muss man nicht halt erlabern. Naja, wir werden sehen. Bin gespannt. Eure Meinung dazu. Was denkt ihr? Lonzo Ball, der neue Steph Curry, der bessere Steph Curry, der bessere LeBron James. Der neue Michael Jordan, wurde auch schon von, äh, Papa Ball, äh, so mal kurz erwähnt und so und, ja, keine Ahnung. Also, Feedback geben, vielen Dank, euer Mr. Mike. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.